Hallo So Ich habe gerade die Fertigungsstraße, oh Gott Okay Irgendwie C, sonst was Der Minirobot hat eine Aufgabe für uns Großartig Die Baupläne für das Fließband stehen bereit Lasst uns gemeinsam mit dem Bau beginnen Das wird ein spannendes Projekt Ich weiß ja nicht Eine noch fortschrittlichere Form des Abbaus Tief vergrabene Erzadern Unterirdischer Bergbau klingt spannend Lass uns mit dem Projekt beginnen Okay Ganz deiner Meinung Wenn wir ein Fließband anschmeißen Werden die Möglichkeiten endlos sein So wie funktioniert das Haben wir hier irgendwo die Fertigungslinie Ich will睡 a опис lang des Abbaus Ich gehe aufahne Soc Ich Decke Dein Okay. Okay. Oha. Okay. Das wird sehr kompliziert. Und hier habe ich fertig ist eine Fertigungslinie. Ich habe schon gesagt... Uh... So, das will ich mal ausprobieren. So, das war's. So. So, da werde ich mal gucken. Wie das Ganze funktioniert. So, das war's. So, das war's. So, was... Wow. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ok... 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 Okay, dann so. Okay, dann so. Okay, dann so. Ich muss noch mal testen, ob ich auf den Server noch aufkomme oder ob der gecrashed ist. Ah. Ah. Okay, dann. Okay. 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 Äh, und hier irgendwie eine Tür. Ey, was geht? Ich spiele hier eine Runde Foundry und habe mich entschieden, die Landeplattform zu verschieben. Ey, ja, auf jeden Fall. Schön, dass du am Start bist. So. Genau, das hier ist Foundry, sowas wie Satisfactory mit einer Mischung aus Echo und Minecraft, kann man schon fast sagen? Minecraft, Echo und, ja, äh, wie hast du das gleich noch? Satisfactory. Macht sehr viel Laune, muss ich sagen. Und ist gefühlt komplett wieder anders als, ähm, die genannten Spiele. Was hier aber sehr viel Spaß macht, muss ich sagen, ist, du bist nicht darauf angewiesen, dass, ähm, also die Welt, die kannst du verändern. Du kannst hier Löcher bohren und so weiter. Das finde ich ganz nice. Und du hast halt übelst viel. Also das hat mein Scanner jetzt schon gescannt nach Ressourcen. Der hat zwar die Karte nicht aufgedeckt, aber, ja, jetzt habe ich mich verloren. Ähm, du kannst in der Nähe gucken, was für Ressourcen da sind und so weiter. Das ist auch ganz cool. Ähm, ich denke mal heute irgendwie so bis um zwölf oder ein Uhr, so um den Dreh. Ähm, ich muss morgen nach Hannover fahren und dann bin ich eine Weile unterwegs. Und, äh, ja, aber heute ist so bis zwölf geplant. Bis jetzt. Ja, und das hier sind Landeplattformen, die kann man benennen. Wir brauchen hier Technum. Und diese Flugzeuge können das dann hier hinbringen, weil alle Stationen jetzt, die Technum heißen, werden mit Technum angeliefert. Ähm, das ist eher kreativ. Also hier gibt es keine Monster oder so. Wir sind auch ein Roboter. Und, ähm, sollen hier den Planeten eigentlich bewirtschaften und Maschinen bauen, sodass wir die nach oben da auf diese Raumstation schicken können. Und, ja, und so ein richtiges Ziel im Spiel gibt es auch nicht, außer den, ähm, Forschungsbaum durchzuarbeiten. Und, ja, äh, immer mehr und verrücktere Maschinen zu bauen, die einem dann Vorteile bringen. Ähm, ja und nein. Also, es gibt, äh, so gesehen, am Anfang gibt es, ähm, Erzgestein. Es kann unterirdisch sein oder oberirdisch. Das sind, äh, diese Punkte hier. Die findest du überall. Und jetzt fängt es an mit Erzadern. Also, da hab ich jetzt gerade angefangen. Die sind viel größer als, ähm, das kleine jetzt hier unten. Das ist auch schon fast abgebaut. Oh, Moment. Hier kann ich raus. Also, wie du siehst, da ist nicht mehr viel da. Das wird abgebaut. Die Drohnen bauen das ab. Und das wird dann per, ähm, Lastenaufzug nach oben gefahren. Und, äh, mit den Erzadern hast du halt viel größere, äh, Ressourcen zur Verfügung. Dafür musst du aber halt auch ein bisschen die Infrastruktur dafür bauen. Und, äh, ja, ich hab schon drei Erzadern leer gemacht. Oder drei Erzquellen. Da drunter war mal eine Erzquelle. Und da in dem Loch war auch mal was. Das war bis hier oben hin. Und das haben die komplett leer gepumpt. Und, äh, dann mit den Erzadern hast du dann halt eine Möglichkeit, äh, noch mehr zu bekommen. Und später gibt es dann auch noch, äh, sogenanntes Fracking. Da hast du dann so gesehen, unendlich, Erz zur Verfügung. Genau. Aber, Moment. Weil wir gerade frisch angefangen haben. Ich hab jetzt fast 39 Stunden in dem Spiel. Hab eine Technumader, also eine Eisenerzader leer. Eine X-Feridader leer. Und eine Igneumader, also Eisen, Kupfer und, äh, Kohle hab ich leer. Eine Ader. Und das hab ich damit alles gebaut. Ah, und da hinten gibt's noch Öl. Ähm, aktuell gibt es das Spiel im Sonderangebot. Bei Steam für 26,99 Euro. Und später kostet das dann 29,99 Euro. Ähm. Und die haben auch... Äh, Moment. Äh, eine Roadmap geschrieben. Finde ich auch ganz interessant. Ähm, die wollen... ...noch einen weiteren Forschungsstamm da hinzufügen. Das erinnert mich übrigens an Dyson Sphere, falls du das kennst. Du stellst dann so Forschungspakete hin, äh, her. Und mit denen kannst du dann die Forschung vorantreiben. Also ich brauch jetzt hier zum Beispiel... Äh, drei Typen... Äh, vier Typen an Forschungspaketen. Die stellst du dann her. Und ja. Dann dir einen schönen Abend. Und bis nachher dann. Äh, genau. Äh, genau. Äh, genau. Technum. Müsste das hier nicht auch Technum sein? Äh, genau. Äh, genau. Äh, genau. So, was ist jetzt Erz? Das hier ist Erz. Das hier ist Erz. Das hier ist Erz. Oh. Oh. Falsche Richtung. Oh. Ich habe keine Sitzflächen. Oh, ne. 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 , ne. ne. Oh, 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 ne. ne. Oh, 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 ne. ... Oh, ne. Oh, ne. Oh, ne. Oh, ne. ... 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 Es muss echt die komplette Einheit davor stehen. Aber ein nices Gebäude. Hallo. Was geht? Ich habe einen Bohrer. Aber jetzt kommt das große Problem. Die Entfernung. Das ist schon ein bisschen was. Ja, also wir haben uns hier in den Keller gebuddelt. Und ja. Mal kieken. Mal kieken. Also du willst mir jetzt sagen, du hast keinen Laufband unterm Tisch. Ich wünsche dir schon ein wenig was. So, Windows 1. Oh Gott. So. Oh. 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 So, Teloxiderz haben wir jetzt. Okay, das brauche ich. Wafer? Interessant. Blechprozessor. Blechprozessor. Ja, ich hatte Glück mit meinem Stromanbieter. Der ist echt preisgünstig geblieben. Deswegen habe ich da nicht gewechselt. Also, da kann ich hinten vorne nicht meckern. Und, äh, bei mir wird es automatisch, ähm, ausgezahlt. Was richtig nice ist. Und, äh, ja, ich soll eigentlich, ich glaube, 80 Euro im Monat Strom bezahlen. Ich zahle aber 160 Euro im Monat Strom. Ja, 160. Einfach nur, ähm, so Mitte des Jahres nochmal 700 Euro zurückzubekommen, ist dann schon nice oder mehr. Aber, das war auch der erste Tipp, den ich, ähm, meinem Azubi gegeben habe. Oder den ehemaligen Azubi, wo der in seine, äh, Wohnung gezogen ist. Einfach, safety first. Äh, besser geht's nicht. Ähm, einfach, wenn man das einmal mitgemacht hat, äh, Strom nachzuzahlen. Und dann kriegst du eine Rechnung von irgendwie 200, 300 Euro. Und die sollst du mal eben zahlen. Das ist dann schon so, uh, uh. Ja, okay. Oh. Ah. Ah. Äh. 135. Okay, bei mir, ich musste wirklich keine Lastenschrift oder sowas angeben, sondern die haben es einfach auf mein Konto zurück überwiesen, weil die haben ja meine Daten. Ich werde es nicht mehr anstrengen, weil die da die Daten getrennt wurde. Ich werde es nicht mehr anstrengen, sondern die Daten. Ich werde es nicht mehr anstrengen, weil die Daten für die Daten zu vermitteln. Ich werde es nicht mehr anstrengen, sondern sie werden von den Daten entfernt. Oh. Und dann musst du eigentlich Wenn du alles in Centstücke hinbringst Den noch eine Rechnung stellen Aufgrund von Versand Aber du machst da glaube ich Ein richtiges Minusgeschäft Außer du hast selbst Centstücke zu Hause Weil ich glaube mittlerweile musst du irgendwie Für eine 1 Cent Rolle Die insgesamt 100 Münzen beinhaltet Also 1 Euro kostet Musst du 1,50 Euro bezahlen Oder so Aber es ist Urzeiten her Wo ich das letzte Mal Geld geholt habe Was ist das? Was ist das? So Jetzt ist es das ist Ach da. okay ja also ich zahl überhaupt nicht mehr mit bargeld aus dem grund ja Okay, ja, sum up, kenn ich. Genau mit diesen Problematiken. Ja, ja. Ja, also da muss ich dazu sagen, dadurch, dass ich Elfenplot und Land lebe, habe ich da eher so weniger Probleme mit und... Ich, ähm, hole mir dann meistens Geld. Ich, ähm, hole mir dann. Ich, ähm, hole mir dann. Ich, ähm, hole mir dann. Ja, ich habe da, äh, eine App für die, wo ich die Sachen eintrage, die ich ausgebe. So ein Haushaltsbuch, weil ich habe eher das Problem mit Bargeld, dass ich da den Überblick eher verliere. Ich, ähm, hole mir dann. Ich, ähm, hole mir dann. Ich, ähm, hole mir dann. Das war's für heute. 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 So... Das war's für heute. Baum weg. Oh Gott. So... So... Das ist... Cool. So... Willkommen. Ich... Bin... Bin... Ich... So... Ich... 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 So, der fährt jetzt nach oben... So. 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 Aber... Ich hab... Irgendwo gelesen, dass die... Äh... Warte. War das? wo die gerade dabei sind hier einmal das hier World Updates und irgendwo war hier noch dass sie die Wassergeschichten und so weiter überarbeiten wollen ja Not you All you wanna say something higher I feel like you were never really here getting for right to me that you couldn't see Ah, das könnte auch sein, dass sie kein Wasser verdrängen und dadurch nicht funktionieren. Können wir ja gleich mal einfach ausprobieren. Ja, das könnte auch sein, dass sie ein Wasser verdrängt. Das war's für heute. Teloxid. Ja, vielleicht kommt das noch, dass das noch alles angepasst wird. Das war's für heute. 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 Ja. Das war's für heute. So. Das war's für heute. So. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. So. So. Das war's für heute. Nice. 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 Das war's für heute. 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 Was. Das war's für heute. Das war's für heute. Bis später und guten Hunger dir. Bis später. So, endlich. Oh. 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 Oh, ich habe keine Strommasten mehr im Winter, deswegen geht das nicht. Okay. So. 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 Das ist so viel, dass du das wirklich machen kannst. Hi. Was? Was? Oh, nice. Also hat das richtig gut geklappt mit dem Soil-Earth. Das freut mich. Das hat auch ewig gedauert, bis man das rausgefunden hat. Oh. 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 Und wird es sogar direkt 4 Stacks loswerden. Nice. Das ist richtig cool. Das ist richtig cool. Und wie viel Sonnenblumen kriegst du da raus? Oder wie viel Double Chests, wenn man so fragen will. Das ist richtig cool. Und was spielst du aktuell? Momentan habe ich die Farm stillgelegt. Und vorher war das echt so, ich muss schon wieder Sonnenblumen, ich brauche Bonemeal, ich muss da ein bisschen was herstellen. Und jetzt echt, ich feuere einfach mal raus. Brawl Stars. Brawl Stars. Brawl Stars. Brawl Stars. Ja, ah, seh ich Das ist überhaupt nix für mich Hab ich mir grad mal Bei Google angeguckt Aber Macht es dir denn Spaß? Das ist das Wichtigste an der Sache Das ist das Wichtigste an der Sache So, und jetzt wieder nach Hause fliegen So, und jetzt wieder nach Hause So, und jetzt wieder nach Hause So, und jetzt wieder nach Hause Okay, gibt es eigentlich irgendwas wie Richtung Abkürzung der Taggröße? Den. So, wir brauchen Ignium. Oh, und Techno. Techno ist alle. Was brauchte ich denn hier für den Transporteur? Stahlträger mal wieder. Und die hier einmal. Oh Gott, so viele Nachti, jetzt spiele ich nicht mehr und bin trotzdem nicht da. Ist ja ekelhaft, Powerpoint. Wieso? Musst du was für die Schule machen? Schulprojekt oder? Ah, okay. Meine herzliche Kondolenz dazu. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ach, ich verzweifle da immer halb dran. Und ganz schlimm finde ich... Kennt ihr dieses, wenn das so ein Swirl ist zwischen jeder Präsentation? Astronaut. Oh, da habe ich... Ich hole mal eben meine nächste Tattoo-Idee. Kleinen Moment. Oh Gott, ist das hier laut. Sorry. Echt nicht? Das ist ja nervig. So. Ich mache schon mal eben groß. Hallo. Oh, sorry. Das will ich mir als Tattoo machen. Auf die Wade. Irgendwann. Alles... Also das, was weiß war, wird dann schwarz. So. Dann ist so cool. So. Okay, also. Corporate Design ist richtig nervig, kann ich sagen. Hallöchen zurück. Also ich musste Corporate Design für... Meine zwei Abschlussprüfungen und meinen Ausbilderschein, muss ich das alles durchsetzen. Ey, ich werde davon durch... Oder ich drehe nicht bei sowas durch. Ich werde davon ausprobieren, muss ich das alles durchsetzen, muss ich das alles durchsetzen. Ich nervte das Gott, wenn ich am Zorn bin. Viel Spaß dir und viel Erfolg. Ich drücke dir die Daumen und wenn du zu Astronauten Fragen hast... Äh... Buzz Lightyear war auf dem Mond. Ja, also wenn man es wirklich sich anguckt und wirklich drinnen ist, dann auf jeden Fall. Aber ich bin da so raus. Das ist jetzt schon wieder anderthalb Jahre her, wo ich freiwillig PowerPoint geöffnet habe. Ach... 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 Du hast, du hast, du hast... Dies? Okay, ne, ich, ähm, bei mir sieht das wahrscheinlich am Ende so aus, als ob ein Dreijähriger eine Hauptwein Präsentation erstellt hat, kreativ der Wahnsinn, oh, Twitch schreibt, oh, nice. So, Arona, was musst du denn für dein Collicium machen? Gott. OBS hat ein Twitch-Update bekommen, ich muss da vielleicht mal heute Abend reingucken. Voll geil. Und in die Präsentation für Astronauten musst du noch mit einbringen, was alles auf die Raumstation, äh, geschmuggelt wurde bis jetzt. Ähm, ich, lalalöchen, ich glaube bei, ähm, Discord von Foundry gibt es einen deutschen Channel, wo, äh, Leute zusammenzoggen. Also da würde ich am ehesten gucken. Der wird auch moderiert, das heißt, Leute, die nicht ganz so das Wahre sind, die werden rausgeschmissen. Und, äh, Marona, Abschlussprüfung von Studium geht um Wasserverlustbekämpfung in der Trinkwasserversorgung. Äh, Hauptgrund Stahlindustrie wahrscheinlich und, äh, hier, wie heißt der andere Kram? Äh, die Fleischwürzelschaft. Aber, oh. Alter. Okay, das ist so'n Low-Level-Versuch, Wasser zu sparen mit Folie. Nice. Ja, ich muss nochmal an die Oberfläche. So. So. Ja, ich muss nochmal an die Oberfläche. lite Werken, ein paar lachten. Ärzt. Ich muss nochmal an die Oberfläche. So. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Okay, den muss ich irgendwo anders hinsetzen. Das ist eine sehr berechtigte Frage, warum hier keine Astronauten in der Community sind. Ich nehme an, die haben Astronauten-Dinge zu tun. Aber ja, ich kenne die Verzweiflung bei solchen Sachen. So, und der Begriff kam erst mit dem Astronaut. Durch die Amerikaner, zumindest in der Öffentlichkeit, ja. So, ich kenne die Verzweiflung. So, ich kenne die Verzweiflung. So, ich kenne die Verzweiflung. Ja, ich kenne die Verzweiflung. So, ich glaube das Internet oben ist besser als in den meisten Dörfern hier in Deutschland und also da die die würden hier schon zocken können nehme ich stark an und ja ich glaube waren es nicht die die russen die als erstes im all waren Subspace Internet das einzige was ich habe ist eine Subnetz Mask und ein Gateway ich habe es nicht mehr so viele hier ist die das ist ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin Ja, aber das ist ein echt schwieriges Thema. Und ein sehr doofes Thema, muss man ja wirklich offen sagen. Ja. Das ist wirklich gemein, kann man sagen. Das ist ein sehr doofes Thema. Du hast deine Lehrerin mit eigenen Mitteln und fängst deine Einleitung damit an, dass es diese verschiedenen Raumfahrer gibt. Also Kosmonauten, Vivo-Nauten, Taki-Nauten und, und, und. Aber da die Aufgabenstellung leider Astronaut gewählt worden ist, nehmen wir den American Way. Dann erklärst du das amerikanische Raumfahrtprogramm oder so. Und, und, und. Und, und. Röhren. . . . . Ja. so ein komischer random typ im internet hat gesagt der hat spiele gespielt da kommt man fliegen und raketen in den himmel schießen der muss schon recht haben so sie siehst du drei folien allein zur punkt 3 in der namensübersicht nach nation ich glaube als quelle sollte man mich zu thema zu themen astronaut nicht bewerten aber man könnte laut rtl also laut rtl müsste ich mir jetzt hier so eine bauchbinde einblenden lassen wo experte steht und dann bin ich experte im raumfahrt programm weil wir mit einem funkturm mit raumstation telefonieren können also das passt dann ja was wissenschaftliche quelle ich habe eine anhandlung ich habe eine abhandlung über ein thema geschrieben ganz bestimmt ja und man findet mich auch im internet über meine einträge und müsstest du dafür nicht gehen nee das mussten wir abbrechen weil ich glaube bis jetzt ich warte mal das kann ich doch direkt mal nachgucken wie oft habe ich kerbe ist wie lange habe ich das gespielt ich habe es noch nicht mehr installiert gehabt verdammt aber ich habe die minecraft mod galaxy croft gespielt und bin auf den mars geflogen das muss doch auch irgendwie zählen oder ich glaube das besitze ich könnte mit dead space punkten ich habe 20 stunden in dead space das dürfte dürfte doch 10 wieso mache ich das mit doppel c und endless space habe ich auch 14 stunden also da muss doch genügend arbeitserfahrung auch zählen oder schade dann bin ich nur ja kein experte das tut mir sori das tut mir sichtbar ist des die 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Schade, dass man hier nicht sieht, was blockiert. Oh. Oh. Geil. Oh. 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 Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, oh ja, aber wir haben es erfolgreich hingekriegt. Genügend Sprengstoff hilft immer weiter. Das wiederum finde ich noch besser als bei Satisfactory, weil du hier wirklich auch die Umgebung weg sprengen kannst. Das muss ich mir aber auf jeden Fall auch noch geben. Das war's für heute. Als ob das geplant gewesen wäre. Das war's für mich. also ich glaube ich würde bei space engineer durchdrehen allein dann zu setzen du hast drei kilo zu viel und ja die grüße von der physik oh gott oh gott oh gott ja oh 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 Das war's. Das wäre viel zu viel für mich und ich will Spaß beim Spielen haben und nicht Arbeit. Das wäre viel zu viel für mich. Das war's für heute. Oh. Oh. Nice. So. Oh. Natürlich ohne Bremstriebwerke. Ja. Ja. Aber kein Kürz. Keine Kürz. Ja. Ja. Ähm. Ich hab noch überhaupt keine, äh, doch, ich hab ne, äh, Stufe 1 Fließbandproduktion, also du bist ja echt schon dahingehend weit als ich. Da will ich jetzt eigentlich auch noch hin. Und für die schlaue 100.000-Euro-Frage, Art des Berufes Astronaut, was seufzt's? Aha. Aha. Und Marona hat gebratene Mandeln. Und morgens sind's 22 Grad. Warum hast du gebrannte Mandeln? Oh. Nice. Nice. Das war's. 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 So. Kann ich das kopieren? Ich kann kopieren. Super. Dann haben wir jetzt unsere erste Erzader mit Zenoferit. Da ich gerade die Fließbänder-Förderbänder-Stufe 3 hergestellt habe, war das auch eine Idee. Wir müssen in die Richtung. Dafür brauchen wir, ich glaube wir müssen einmal alle Förderbänder bauen. Verdammt. Äh, kann ich dir so genau, kann ich dir so genau echt nicht sagen, ich hab sowas noch nie gemacht. Das war's. Das war's. Das wäre so geil. Please stand by. Subspace connection is relayed. 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 Oh, sorry. Ähm, sorry. In Star Trek war ich nie so richtig drin. Genauso wie in Star Wars und und und. Ja, das stimmt. Mit dem Untertagebau können wir sehr schnell große Mengen an Erz gewinnen. Sorry, sorry, sorry. Ich besuche gern die dunklen Tiefen der Minenschächte. Was ist mit dir, Bibi? Oh, kommt keine Antwort. Okay. Oh, ich glaube, ich sollte mal meine Betonproduktion auf Stand bringen. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. 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 Hätte ich jetzt vielleicht gedacht, dass du da selbst drauf gekommen bist. Oh Gott. Schon wieder viel zu viel im Winter. Okay. So. So. Oh, falsch rum. Die sieht nice aus. Die kann man echt gut nutzen. Ist natürlich die Frage, was der Preis davon ist. Ob es da nicht unverschämt wird. Was ist da nicht unverschämt wird. So. 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 Und dann kommt das ein ein und ein 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 Das war's. Okay, 40 Euro als Sammlerobjekt finde ich dann doch wiederum in Ordnung. Okay, 40 Euro als Sammlerobjekt. Okay, 40 Euro als Sammlerobjekt. So. Wow. 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 Einfache Fünferfarm oder ein bisschen mehr? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Das ist ein wenig... Das ist ein wenig sehr übertrieben, würde ich sagen. Aber dann wird es ja zumindest am Ende hin einfacher mit dem ganzen Kram, ne? Eins, zwei, drei... Das ist ein wenig ... Ja, hattest du... also, ja, ich weiß, ich hab schwere Probleme. Oh Gott. Vorbereitet sein ist immer vom Vorteil. Und, ja, das mit der Glowstone-Fabrik, hattest du erzählt. Drei, vier... 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 Drei... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's. 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 Das ist. Das war's. 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 Ja. Das war's. Das war's. Okay. Das war's. 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 Ja. Das war's. Nice. Das war's. 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 Oh my God. Oh my God. Das war's. Das war's. Ein belt. Das war's. 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 Oh, es ist. Das war's. 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 So. Das war's. das war's. So. Das war's. 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 Das war's.